Wofür hab ich hier noch alles? Chor? So, ah, was mach ich denn jetzt? Einen Chor. Was soll man maler herstellen? Zwei Stars. Von dem vorherigen Cross. Zwei. Das, das, die noch. So, die Terrasyl Essenz kann erstmal hier rein, die brauche ich jetzt noch nicht. So, der Ring kann auch erstmal rein, das mache ich dann offscreen alles. Okay, auch wenn sich das Damage-Operate nicht lohnt. So, wirklich. Weckes. Die Netherquarz Hühnchen brauchen aber auch ewig, bis sie mal was legen. Ja. Gerade mal 29 Netherquarz hier drin. Ich hab dich nicht mal angeguckt, du Arschloch! Geh doch sterben, Mann! So, komm mit hier rüber, komm! Komm her, komm! Du Breitmaul-Frosch! Ey! Ich hab wohl ihn grad töten, um meinen Daimisch-Mart zu testen. Ah, da ist noch einer. Ja, die Porten sich trotz der Fackeln auf die Felder, das kotzt mich an. Hm. Aber zum Glück machen sie erstmal nicht kaputt. Hm. Jetzt kann ich das... Einfach übrigens, das ist die volle Rüstung. Die Draconic-Rüstung. Hm, die bewahrene Rüstung. Die kann man in der Gorni verfolgen mit den Ogen. Die Goggles, ey, die müssen... Hm. Ich find die nächste so... Überhaupt erst die wirklich bessere, weil die hier ist viel zu... Sind viel zu viel... Du leckst... Du hast grad geleckt. Ja, ich hatte auch einen Druckler. Äh, ich find... Leck ich immer noch? Jetzt geht's grad. Äh, ich hatte auch grad ein Standbild, weil es der Server weg abgestartet hat. Äh, ich find die hier hat halt viel zu viele Sachen dran gechisselt im Vergleich zu der anderen. Also ich... Ich mag die hier vom beiden am wenigsten, weil die hat halt einfach durch die Schultern viel zu viel drauf. Äh, ne, der Helm sieht aber auch nicht gerade sehr gut aus. Mhm. Da mag ich die nächste mehr. So, dann kann ich jetzt unten wieder die Farm... äh, meine Ärztefarm verbinden. Läuft. Ich warne dich jetzt schon mal vor. Ich bin jetzt sowieso hier auf der Insel, also wenn, dann fliege ich maximal auf der Insel rum. Ja. Mhm. Mhm. Ein Terra-Deal-Inget. April sind drin. Ja, genau. Da kommt ordentlich was zustande. Äh, na, das... Ich sollte das hier vielleicht auch claimen, die Äcker. Boah, ich hab zwei Ender-Lily-Seats jetzt schon im ME drinne. Hm. Kann ich dann Melvin welche geben oder einen Titan... ne, einen Tyrox, wenn er wiederkommt. Okay. Ich bin bei mir am ME, du kannst es machen. Hm. Hast du so ein Sky-Dings, äh, gebaut? Äh, wie hießen die Dinger nochmal? Na egal. Dann, dann, dann... Ach, was mach ich denn? Das will ich doch herstellen. So... Dann, 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 die hergestellt. Ne, ich glaube dann, irgendwann erstmal, die hergestellt. Und dann, das da. Und dann, gucken wir mal die Glute-Backs. Äh, die dann Kapazitator, ja. Draconic Dust. Draconic Dust und Ingot. Oh, das ist alles gut. Ja... Oh. Oh, nein. Magic Bean,… Für was sind die eigentlich gut? Keine Ahnung. Random things. Komm, ein Schlag noch! Ich hab's! Ich hab's bis hierher knallen gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich das doppelte Upgrade genommen hab, so gesehen. Für meine Rüstung und mein Rüstungsschild. Ja... Zwei Hits mehr und ich hätte auf den Rapier wechseln müssen, weil ich ansonsten gestorben wäre an Wither-Effekt. Über kurzer Lahn. Weil meine Rapier hat Vampire Risen drauf, womit ich mich gegenheilen kann. Okay. Sie hat mindestens 770 Schaden gemacht. Ach, der Maven hat das Portal verschönert, das sieht geil aus. Der hat über den ganzen Kampf verteilt mindestens 770 Schaden gemacht. Ja, läuft! Weil das ist die Schildgröße, die ich besitze. So... Ein paar Werke weggehen hier. Ich hab den wohl... äh... Gaia Tier 2 werd ich nicht hinbekommen. Ne, den werden wir bestimmt zusammen machen müssen dann. Äh... auch nicht wirklich. Ach klar, kriegt man schon irgendwie. Wir haben ihn in Sky Odyssey damals so gemacht, wir haben den solo gespawnt, also weil je nachdem wie viele Spieler halt am Anfang im Kreis stehen, ist ja schwerer. Und wir haben den für eine Person gespawnt und haben dann einfach im Nachhinein, wenn die eine Person low war, haben wir sie einfach rausgeportet und eine andere Person in dem Moment rein. Ja gut, das geht auch. Ach fuck, ich muss den Spawn, äh, das Portal ausleuchten. Und wir hatten damals aber alle zu dem Zeitpunkt komplett upgradeete Wither Rüst, äh, Draconic Rüstung. Also die Orange schon komplett upgradeet. Du kannst Gaia ein bisschen wie mit dem Chaos Guardian eigentlich vergleichen, nur dass Gaia das, äh, so gesehen einfacher ist, weil Gaia macht nur Damage über Overtime. Der Chaos Guardian one-shotted dich einfach, wenn du pech hast. Mhm, okay. Na komm, Creeper, komm. Gut, 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 gut. So, nochmal ab in den Nether. 1, 2. Ja. Ja, da bin ich wieder. Ich bin wieder da. Er ist wieder da. Er hat's verstanden. Und du hast es leider nicht mitbekommen. Was? Gaia ist grad gestorben. Du mein Scheiß. Hat ich am wenigstens was Gutes getroppt? Äh, der Gaia droppt noch nicht. Dann willst du den Ultra-Star... ...Ultra-Star auf... Der Gaia droppt da. Mega das droppt. Wieso hast du ihn dann getötet? Weil ich die Gaia- die Gaia-Spirits brauche, um dem Gaia-Tier das Brot zu beschwören. Dann droppt der doch was. Ja, Gaia-Spirits. Die heißt... Wait. Warum kann ich kein Gaia-Spirits englisch machen? Warum springen Skelette in den Tod? Warum sollte ich jetzt, ähm, das alles hinterfragen? Alles so gute Frage! Was war, du hast ne Wurban-Rüstung? Ich hab ein Wurban-Chestplate. Na, die wird reichen. Wofür? Äh, Alec, du bist grad in der Sache, richtig? Ja. Okay, dann werd ich's nicht machen. Was? Gaia beschworen? Gaia? Jetzt wo? Ich bin hier gleich fertig. Ich will Rüsten verschaffen. Schon wieder so ein Kackvieh?! Was? Wie bitte? Wenn ich jetzt rufe, machst du folgendes. Du schiff, drückst, schiff, äh, schiffst Rechtsglück in den Kreis, der hier gleich um die, äh, hier vorne entsteht. Okay. Sollte ich weiter weggehen? Wo? Pff, ich den Garten darf? Ja. Du kannst, die haben übrigens zwei Trainette auslaust, du kannst, äh, Dings. Und dir den Rest der Wurst schon erstmal herstellen. Weitere, äh, naja, Rest ist gut. Erstmal. Ah, okay, warte. Du musst kurz warten. Jetzt bin ich gespannt. Disco-Ball. Nicht ein Leck. Lol, Päuschen habe ich bekommen, das war's. Boah, diese Schaltplatte geht mir auf den Sack. Bin ich noch auf dem Server? Noch, ja. Hm. Hm. Hallo? Ja? Bin ich noch auf dem Server? Ja. Noch bist du drauf. Na, Lothar? Ach, warte mal, ich weiß, was mein Problem ist. Jo, ich habe den Chance Cube mit minus 33 getötet. Und da kam so einen hässigen Spikes raus. Äh. Äh. Musst du dich rüber bauen. Zum Nether-Portal. Hm. Äh, meine Spitze, geh mal hier. Ich reiß das ja dann später eh wieder ab. Na, der letzte Chance Cube, der hat halt auch minus 33 und bei dem einen bin ich jetzt gestorben. Das heißt, bei dem anderen werde ich auch sterben. Ah, da haben wir jetzt offiziell ja noch alles haben, Chance Cubes zu. Was war das denn dann? Ja, ich habe ja jetzt auch schon geöffnet. Hm, ich öffne jetzt auch eben, solange ich auf Oskar warte. Ah, der Chance Cube Scanner, der ist geil, also. Echt nicht, ich schweiß auf den Scanner. Ne, ich finde das schon recht gut, weil den minus 33er Chance Cube, den lasse ich nämlich stehen. Okay, ich habe über einen Stack Schadenscubes. Den darf der Maven dann mal öffnen. Ne, den öffne ich jetzt mit. Aber lass mich bitte vorher mein Grab holen. Ne, ne. Wir sind einfach direkt geöffnet. Vor allem, wie viel Eisenspikes hier einfach mal gekommen sind. Loll, und ein Goldnugget kommt raus, ernsthaft. So, das und da was. Falls ich überhaupt in den Nether komme. Du bist gerade gedespawnt. Und vom Server runter, oder wer hat er zurückgereist? Ne, vom Server runter. Ich überlege, lass ich den, oder mach ich den jetzt off? Lass ihn für mich in Notfall. Ich mach da außen keine Chance Cube. Okay, dann mach das. Dann gehe ich jetzt wieder raus aus dem Nether. Ich bin von 33 Iron Pikes gekillt worden. Boah. Ich hatte natürlich auch nur noch ein halbes Herz. Die müssen doch hochfliegen. Bringt nicht, die waren auch über mir. Ja. So, der Schlaf. Und dahin. Dort, dort. Ach. Warum denn? So, die sind wieder weg. Gut, also ich bin raus aus dem Nether. Du kannst jederzeit reingehen. Ja, ich muss jetzt erstmal warten. Und die Folge ist jetzt bei mir hoch zu... Ach shit. Ich muss doch noch mal kurz rein. Ich muss den Chance Cube äh screenshotten. So, ich hab auch noch ne ganze Hand voll oder übern Stack Chance Cube im ME. Aber die mach ich nicht sofort auf, die lass ich mir immer schön Zeit. So, ich hab erstmal gedacht eigentlich anders, dass sie wieder flüssig laufen sollte. Wenn ich sie jetzt wieder weg bekomme. Ah, jetzt. So, Screenshot gemacht. Ich bin ausgetimed. So, übrigens. So, ich Swiss-Musik. So, ich marinji. So, ich bin de arrivederの fühle zu groß, auch einitor Meraz come ausregulieren. Das ist die nächste Punkt. Bis zum nächsten Mal.